So Leute, hoffentlich funktioniert die Aufnahme wieder und wir sind wieder zurück, hier in Kingdarm. Wohin wollte ich? Ich wollte wieder bei Krieg rotieren. Ich bin wieder zurück, Mama, ich doch da. A? Ich bin wieder zurück, Mama, ich doch da. Komm raus, schnapp ich das, Leute. Dann schön wieder zurück reiten und auf die linke Seite gucken. Ich mach mal so. Zwar hört mir da ein bisschen nach aus, aber man versteht wahrscheinlich einen ein bisschen mehr. Oder ich mach eine Wocki-Tocki-Stimme. Eine Folge mal mit Wocki-Tocki-Stimme. So ungefähr. So, hier das Pferd ein bisschen grasen lassen. Die haben Geld, das hab ich gehört. Wir euch gleich mal vor. Weiß noch was? Was ist das? Bis zum nächsten Mal? Das heißt, der Pferd ist auf. Wir müssen die Pferde noch nie. Die Pferde noch ein bisschen weniger. Ist nur das Pferd? Das ist auch hier. Das heißt, wenn wir uns räumen, dann haben wir noch keine Zeit und machen den Pferdel. Wenn ich genug Geld habe, verstehe. Oh, da kommen sie schon. Kreide. Okay, es ist noch normaler Mond. So. Also von rechts kommen welche, das habe ich gesehen. Wie sie da umher kauern. Ah, Misty, ich habe kein Geld. Habt ihr ein bisschen Kleingeld? Da muss ich wieder auf die andere Seite gucken. Dann tue ich sie gleich wieder rekrutieren. Und sonst beginnt ja gleich der nächste Tag. Dankeschön. Siebzehn müsste das sein. Heute müsste der nächste Blutmond kommen. Ich glaube, die haben das um zwei Tage verschoben. Sonst ist ja immer jeder Tag 5, Tag 10, Tag 15. Aber ich glaube, jetzt ist es immer Tag 7, Tag 12 und Tag, keine Ahnung. Also schon nochmal die fünf Tag. Tagese-Etappe, aber ja gut. Gucke ich nochmal, ob da nicht nochmal Leute gekommen sind. Und sonst ist da ja das Portal gewesen. Und sonst bin ich noch mal. Musik Weltkirchige Leute Musik 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 genau die zwei hebe ich mir auf obwohl es ist eh gleich wieder Nacht und der Tag beginnt demnächst wieder Geldprobleme wie das übliche Nachricht guck noch schnell auf der linken Seite ob die noch ein bisschen was haben die haben mehr als genug da fliegen die Pfeile ganz schön viele mehr oder weniger so man muss jetzt alles bauen wieder Ok es ist wirklich random mit dem... mit dem Blutmond ist es random geworden oh Mist jetzt gibt es nur noch ein Gold pro Tag und jetzt kann ich hier Ritter engagieren die dann die Portale zerstören werden sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön das war glaube ich ein Fehler aber ich brauche den hier ich muss ein bisschen nach Gold farmen sehr schön sehr schön Ja, was. Das war's. Oh, das hört sich nicht gut an. Ja, Blutmut, hoffentlich nicht auf der linken Seite. Ne, auf der anderen Seite dann. Schnell, ich will den Blutmund noch sehen. Ja, da. Wow. Aber wir haben schon alles unter Kontrolle. Okay. Fuh! Habt ihr schon Geld? Danke! Dann gehe ich hier auf die linke Seite mit dem Ritter Oh, ein schwarzes Schild Und dann beenden wir die Aufnahme und sagen Tschüss!